Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hier entlang, bitte sehr Ohne Aufsicht ist der Zutritt nicht gestattet Nicht bummeln, wir sind fast da Sag mal, wie fühlt es sich an, wenn sich das Lebenswerk gegenein richtet? Ich entschied mich, es anders zu betrachten Die Locust strebten nach Unabhängigkeit Myra wies ihnen den Weg Ich war immer sehr stolz auf deine Großmutter Auch jetzt noch Die Matriarchin entstand aus den Stammzellen deiner Großmutter und Zaya DNA Sie hat Myras Fähigkeit verstärkt, mit den Locust zu kommunizieren Dank diesem Gerät lernte Myra ihre Kräfte zu kontrollieren Aber wir können damit auch deine Bindung kappen Wenn du willst Wie funktioniert das? Indem ich dein Hirn leicht beschädige Wie bitte? Was heißt ihr Hirn leicht beschädigen? Ihre Verbindung zu den Locust basiert auf einem genetischen Algorithmus in ihrem Temporallab Diese Änderung bedarf einer Betäubung, würde ich sagen Wie eine Lobotomie Eine Lobotomie ist sehr invasiv Das hier ist gezielt Während ich arbeite, wird die Matriarchin deinen Verstand steuern Unbemerkt, zu seinem Ziel Okay Also gut, nein, nein, nein Das lässt du schön bleiben Ich traue dem Teil nicht Dann beobachte ihn Aber ich muss das tun Ich verliere die Kontrolle Ich will niemandem mehr schaden Verstanden? Verstanden Ich versuche es so schmerzlos wie nötig zu machen Ja, das rate ich dir Ich versuche es so schmerzlos wie nötig zu machen Es gehtھ �ke drauf Untertitelung des ZDF, 2020 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 Viel Spaß! 4. 1. 12. 13. 14. 17. 18. 18. 18. Oh Oh Perfekt Wisst ihr, was ihr nicht versteht? Was niemand versteht, ist, dass meine Kinder niemals sterben werden Sie wurden entwickelt, um Generationskonflikte zu überstehen Sie können sich zurückziehen oder ruhen, aber sie kommen immer wieder Dafür haben wir gesorgt Ich freue mich darauf, dem Mülleimer das Maul zu stopfen Perfekt Okay, das hätten wir geschafft Dann müssen wir weiter Niles darf nicht entwischen Jack, Schockfalle Jack, ihr holt's Schockfalle Ah, versperrt. Das muss irgendwie aufgehen. Jack, sieh mal, wo das hinkommt. Kate, mehr Lohnkosten im Anmarsch. Dann halt sie auf. Hey, Jack, lass dir nicht zu viel Zeit. Kate, Jack, hat die Tür offen. Gut, aber wir gehen noch nicht. Ich lass die Dinger nicht leben. Gut, dann erledigen wir sie. Scheiße, es kommen noch mehr. Achtung, Redjack, Schachtfalle. Okay. Komm schon. Los geht's! Alle tot! Dann verfolgen wir Nights. Jack, Impuls! Zeit zu geben! Oh, Mann! Oh, Scheiße! Hey! Schnell, schließt die Tür! Geschafft! Wird das halten? Ich hab exakt null Interesse, das auszufinden. Weg hier! Was ist das für ein Ding? Ich hab kurz in seinen Kopf gefreut. Trag lieber nicht. Wo zum Teufel ist Nights? Meine Güte! Offenbar hat jemand meine Sires aus ihrer langen Ruhephase gedeckt. Wer das wohl gewesen sein könnte? Das stimmt. Was ist mit der Siresse? Das ist richtig. Der Marsch! Der Marsch! Der Marsch! Zielt auf den Sire! Hey, noch mehr! Ich seh's! Oh, meine Sires hatten schon so einen langen Auslauf. Inputz! Oh, meine Sires! Das waren alle. Dann weiter. Niles hinterher. Na los! Hey, Niles! Wir sind noch da! Ich glaub echt nicht, dass er dich hört. Ist mir echt egal. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Los, öffnen wir sie! Scheiße! Scheiße! Sie sieht uns nicht! Das Ziel war! Ich glaube schon. Und sie mag die Kälte gar nicht. In der Maschine. Hast du die Gedanken des Viehs gelesen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das war. Aber es war wütend. Was ist denn das hier? Die Teile sind deutlich. Bis zum nächsten Mal. Wie kommt ihr hier? Woher ist er? Wie kommt die Beine? Wie kommt das? Der Gegensteil ist mit dem Eingarten. Fieber! Zack, in Holtz! Fieber! Hä? Nance higher! Zack, Chuck Follett! Do not be alert! Labor ist sauber. Weiter geht's. Das Interesse meiner Sires an Selbsterhaltung war immer mangelhaft. Aber seid versichert, der Materialchen entkommt ihr nicht. Da. Niles verliert irgendwas. Anscheinend ist er hier lang. Kate, wir müssen ihn immer noch kriegen. Folgen wir seiner Spur. Folgen wir der Spur. Kate, wir müssen ihn immer noch kriegen. Folgen wir seiner Spur. Kate, wir müssen ihn immer noch kriegen. Folgen wir seiner Spur. Halt. Da ist er. Verdammt. Jack, schock jetzt. Wer los, kommt schon. Jack, der Puls. Direkt hinter dir, Niles. Was geschehen ist, lässt sich nicht ändern. Der Planet gehört Ihnen. Ich sagte doch, ich krieg dich. Vorsicht! Oh je. Jetzt oder nie. Töten wir dieses Ding. Da. Auf dem Rücken. Hey, sie weiß wo du bist. Unsere Chance. Schieß auf den Rücken. Hier. Der Platz. Der Platz. Der Platz ist. Nicht sicher. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Schaffst du Kanzler? Das ist für mich! Der Puls! Der Puls! Der Puls! Das war's. Das ist gut. Ah! Shh! Ah! Katie! 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 ... ... ... ... Geh! Geil, geil, geil! Geil, geil, geil! Geil, geil, geil! Geil, 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 geil! Geil, 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 geil! Geil, geil, geil! Komm schon! K.G. 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 Das war's für heute. Du musst laver! Du musst laver, du musst laver, du musst laver! Du musst laver, du musst laver, du musst laver! Du musst laver, du musst laver, du musst laver, du musst laver! Du musst laver, du musst laver! Du musst laver, du musst laver, du musst laver! KJP 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 Komm schon. Lass uns verschwinden. Wenn Sie Ihre Königin haben und Niles Vorhersage sich bewahrheitet, brauchen wir einen neuen Plan. Nein, wir brauchen den alten Plan. Und den Hammer der Morgenröte. Oh, Gott sei Dank. Braucht Ihr vielleicht ein Taxi? Wie habt Ihr uns gefunden? Glaubst Du, ich überlasse Dir eine einzigartige Technologie und kann sie nicht bis zum Mittelpunkt des Planeten verfolgen? Ja, ja. Schon gut. Und apropos einzigartig. Hilf mir mal mit dem Skiff. Hast Du gefunden, wonach Du gesucht hast? Ja. Und jetzt müssen wir es töten. Ist sie... Du weißt schon. Okay? Nicht wirklich. Aber ich hab da mal ne Frage. Wie lange würde es dauern, den Hammer der Morgenröte zu aktivieren? Lustig, dass Du fragst. Die Festplatte, die Du vor ein paar Monaten gefunden hast, über die UOR. Ja. Ja? Interessantes Zeug. Wie interessant? Wirst Du sehen. Ich hab zum Glück einen alten UOR-Kontaktmann. Ab nach Hause, Sam. Er klar, Chef Jim. Entschuldigung? Wahnsinn. Heimat des geheimen Raumfahrtprogramms der Union unabhängiger Republiken. Ich war vorher noch nie im UOR-Gebiet. Bist du jetzt auch nicht. Vascar war unabhängig. Der UOR blieb nur die Ehre der Besetzung. Verzeihung. Befreiung dieses ruhmreichen Landes. Okay. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, dass hier draußen nur noch wütende Nomaden leben? Das ist Garen Paddock, der mit Abstand wütendste aller Nomaden. Das? Ist ein UOR-Kontakt, Mann? Ich mag zwei Dinge nicht, Bert. Dekor und Kinder. Und du bringst mir beides. Weißt du, was ich nicht mag? Alte Männer und Wüsten. Und doch sind wir hier. Die gefällt mir. Kommt mit. Das Raumfahrtprogramm der UOR war viel weiter fortgeschritten, als die Korps öffentlich zugeben wollte. Irgendwo in diesem Raumhafen befindet sich eine Rakete mit funktionstüchtigen Hammer der Morgenröte-Satelliten. Ich glaube, wir können das System wieder hochfahren und dem Schwamm eine volle Breitseite verpassen. Wenn die UOR Satelliten in den Pendelungkriegen hatte, warum setzte man sie nicht ein? Die Politiker wollten einen Waffenstillstand. Ein Satellitenstart hätte weitere hundert Jahre Krieg bedeutet. Aber einige vom Militär wollten ihn trotzdem starten. Tja, und das führte irgendwie zu einem klitzekleinen Bürgerkrieg. Wir kennen den Grundriss des Raumhafens. Wo sind die Satelliten? Versuch zum Raketenhangar. Hier. Die Sturmfronten machen einen Flug über die Wüste unmöglich. Und da kommt euer Skiff ins Spiel. Frage. Wissen wir, ob die Satelliten noch funktionieren? Oder überhaupt kompatibel sind mit unseren? Antwort wissen wir nicht. Und da kommt ihr ins Spiel. Außer ihr seid dafür zu feige. Oder zu dumm. Oder zu schwach. Wer ist das? Ein Freund, ob du es glaubst oder nicht. Macht euch mit dem Aufbau dieser Anlage vertraut. Es besteht die Chance, dass sie unter dem Sand vergraben ist. Und kommt zu mir, bevor ihr geht.